Mac Tavish and Scott Die Lady Detectives von Edinburgh Von Gitta Edelmann Es liest Bettina Storm Folge 1 Der verschwundene Gärtner »Dies ist Churchill, Lowe«, rief der Busfahrer Finola zu, als er nach links lenkte. »Vielen Dank.« »Wie gut, dass sie den Fahrer gebeten hatte, ihr Bescheid zu sagen, wenn sie Churchill erreichten.« Sie hätte die Bushaltestelle nicht wiedererkannt. Nun ja, sie war nur ein einziges Mal hier im Edinburgh-Stadtteil Morningside gewesen. Und damals hatte es so fürchterlich geregnet, dass sie ein Taxi genommen hatte, um nicht wie eine nasse Katze zum Vorstellungsgespräch zu erscheinen. Die Bustüren öffneten sich, und Finola schloss sich den Leuten an, die an dieser Haltestelle ausstiegen. »Nochmal, danke«, sagte sie zum Busfahrer. Der legte den Kopf schief und grinste. »Ich hoffe, der Rucksack ist nicht zu schwer. Ich kann gerade nicht beim Tragen helfen.« Finola lachte, ohne auf seine Worte einzugehen, und trat mit einem fröhlichen »Bye« hinaus auf den Gehweg. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Hm, sie war später dran als gehofft, obwohl die Reise von Canterbury hierher recht problemlos verlaufen war. Zwar war der Flieger in London mit einer guten halben Stunde Verspätung gestartet, und am hiesigen Flughafen war ihr der Bus ins Stadtzentrum direkt vor der Nase weggefahren, aber alles weitere hatte geklappt. Zum Glück kannte sie sich ja in Burrow ein wenig aus. Sie überquerte die Straße. Dort drüben, das musste Albert Terrace sein. Sie hatte es fast geschafft. Doch als sie kurz hinter der Ecke in der kleinen Seitenstraße ankam und das Straßenschild las, stand dort Abbotsford Park. Wie konnte das sein? Weiter vorn gabelte sich die Straße. War eine Abzweigung davon Albert Terrace? Aber welche? Oder hatte sie sich völlig in der Richtung geirrt? Finola zog ihr Handy aus der Jackentasche. Wozu gab es schließlich ein Navi? Mist. Das Handy-Display blieb schwarz. Der Akku hatte die Reise wohl weniger gut überstanden. In diesem Moment stieß jemand so heftig an ihren Rucksack, dass Finola gegen die nahe Hauswand stürzte. Nur mit Mühe gelang es ihr, sich halbwegs aufrecht zu halten. »Oh fucking shit«, fluchte eine weibliche Stimme. Vorsichtig drehte Finola sich um. Vor ihren Füßen auf dem Asphalt lag eine kleine weiße Schachtel. Daneben stand eine junge Frau mit lockigen roten Haaren, die zwei weitere, größere weiße Schachteln auf ihren Armen trug und ziemlich verzweifelt aussah. »Tut mir furchtbar leid. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin in Eile und sonst steht hier eben nie jemand. Oh je, hoffentlich sind die heil geblieben.« Sie versuchte, sich niederzubeugen, ohne die beiden Kartons auch noch fallen zu lassen. »Moment«. Finola kam ihr zu Hilfe, ging in die Knie und hob die Schachtel auf. Nun konnte sie eine Prägung darauf erkennen. »Lorries. Kannst du sie einfach obendrauf? Ach nee, ich muss ja erst mal sehen. Würdest du bitte?« Die Rothaarige schnitt eine Grimasse. Neugierig öffnete Finola für sie den Deckel. »Cupcakes?« Drei kleine Kuchen mit knallig-blauer Wellenglasur und winzigen bunten Fischchen ruhten neben zwei anderen mit roten Rosen und Schmetterlingen. »Mhm.« Die junge Frau nickte und besah sich die Cupcakes genau. »Ich bin Laurie, von Laurie's Café,« erklärt sie. »Und die Dinger werden dringend bei einer Geburtstagsfeier erwartet.« »Sieht doch ganz gut aus. Soll ich dir die Schachtel oben auf die anderen packen?« fragte Finola. »Minus eins.« Finola sah sie fragend an. »Der Blaue da in der Ecke ist angeschlagen. Nimmst du den bitte raus? Damit darf ich mich nicht blicken lassen. Dann behaupte ich lieber. Ich hab mich verzählt und hol Nachschub. Kannst du haben. Nochmal sorry. Und jetzt muss ich los.« Kaum hatte Finola den Cupcake herausgenommen und die geschlossene Schachtel auf die beiden anderen platziert, klemmte Laurie alles mit ihrem Kinn fest und eilte auch schon weiter. »Kannst du mir sagen, wo Albert Terrace ist?« rief Finola ihr nach. »Gerade aus. Und komm doch mal bei mir im Café vorbei. Morningside Road. Von hier aus ein Stückchen nach der Bücherei.« Damit nahm Laurie die rechte Abzweigung und verschwand hinter einer Hecke. Finola biss in den Cupcake, den Laurie ihr hinterlassen hatte. Ein bisschen zu süß für ihren Geschmack, aber irgendwie eine nette Stärkung für das bevorstehende Gespräch. Bevor sie durch die offen stehende Gartenpforte trat, atmete Finola einmal tief durch. Der erste Schritt in ihren neuen Job, in ihr neues Leben. Die untergehende September-Sonne warf goldene Strahlen auf den Kiespfad, der zum Haus führte. Finola wertete dies als gutes Omen. Tatsächlich schien sich, seit Mr. Reynolds ihn in seinem Testament bedacht hatte, ihr Leben zum Positiven zu wenden. Ein Blick auf die Armbanduhr verriet ihr, dass sie trotz des Zusammenstoßes mit Laurie gerade noch pünktlich war. Sie stieg die Steintreppe hinauf zur weinrot gestrichenen Haustür. Der Türklopfer aus Messing, der daran angebracht war, zeigte nicht den so weit verbreiteten Löwenkopf, sondern den eines indischen Elefanten. Viele Hände schienen den Elefantenkopf berührt zu haben, denn die Gravur seines Kopfschmucks wirkte in der Mitte abgerieben. Ob er ein Glücksbringer war? Finola zögerte. Rechts der Tür gab es zwei Klingelknöpfe, einen für A.S. den anderen für MWS Investigators. Klingeln oder lieber klopfen. Langsam hob sie ihre Hand und stellte überrascht fest, dass diese leicht zitterte. War sie doch so nervös? Noch bevor sie sich bemerkbar machen konnte, öffnete sich die Tür. Da sind sie ja. Finolas neue Arbeitgeberin trat einen Schritt zur Seite. Kommen Sie rein. Den Rucksack können Sie hier in der Diele lassen. Wir gehen zuerst mal ins Büro. Das Zimmer oben ist aber fertig und ihr netter brasilianischer Freund hat ihre beiden Kisten heute Morgen schon vorbeigebracht. Finola grüßte, ließ den schwarzen Trekkingrucksack von ihren Schultern gleiten, lehnte ihn an die Wand und folgte der Frau geradeaus durch die Flügeltür in das großzügige Büro. Auf dem Schreibtisch, auf dem sich neben dem Laptop Akten stapelten, stand ein schwarzes Namensschild mit weißer Schrift. Anne Scott Tee? Kaffee? fragte Anne Scott und deutete auf eine Sitzecke mit drei weinroten Sesseln und einem runden Tisch, auf dem zwei bunte Tassen und ein Teller mit Shortbread standen. Gerne einen Tee. Kaffee würde ihren Herzschlag nur noch weiter antreiben. Anne Scott drehte sich um und schaltete den Wasserkocher auf dem Schränkchen ein. Sofort begann das Wasser zu brodeln. Es war nicht zu verkennen, dass Finola pünktlich erwartet worden war. Milch? Zucker? fragte Anne Scott. Etwas Milch, kein Zucker bitte. So mag ich den Tee auch am liebsten. Lächelnd kam sie mit der Teekanne und einem Milchkännchen zu Finola an den Tisch und setzte sich ihr leicht schräg gegenüber. Er muss noch kurz ziehen. Finola nickte und betrachtete die Frau im schlichten grauen Kleid. Sie schätzte Anne Scott auf Mitte bis Ende 50. Sie war groß und weder dick noch schlank. Ihre graumelierten Haare trug sie kurzgeschnitten und außer einem bärenfarbenen Lippenstift hatte sie offenbar kein Make-up verwendet. Seriös und vertrauenerweckend. Ganz die Chefin von MWS Investigators. Finola versuchte, ihren Jeans-Mini-Rock ein wenig weiter Richtung Knie zu ziehen. Sie hätte sich vor ihrem ersten Gespräch mit Anne Scott lieber noch umgezogen. Aber immerhin war ihr aschblonder Pferdeschwanz und das schwarze Shirt unauffällig und passten in diese Umgebung. Hatten Sie schöne Ferien? fragte Anne Scott und schob den Gebäck Teller näher zu ihr. Ja, danke. Tatsächlich entpuppte sich die Gartenparty meiner Freunde als ihre Hochzeitsfeier. Finola nahm sich ein Shortbread. Ach, wie nett! Nach ein paar weiteren Sätzen Smalltalk und den ersten Schlucken Tee ging Anne Scott zum geschäftlichen Teil über. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Auftragslage der Detektei nach dem Tod meines Mannes ein wenig dünn geworden ist und ich selbst auch erst sehen muss, wie es dauerhaft weitergeht. Ich hoffe also, wir schaffen es in den kommenden drei Monaten, die sie hier arbeiten werden, alle gemeinsam das Geschäft auf starke Beine zu stellen. Wenn das klappt, sollte ihrer Weiterbeschäftigung auch nichts im Wege stehen. Sie wartete, bis Finola genickt hatte. Dann fuhr sie fort. Zum Glück läuft ein Bereich schon mal ganz gut. Unser Lachy ist ein Zauberer am PC, wenn es darum geht, alte Freunde, abgetauchte Ehemänner oder die wahre Identität eines Catfishs zu finden. Catfish? Jemand, der versucht, unter falscher Identität im Internet eine Beziehung aufzubauen. Finola nickte. Damit werden sie aber normalerweise nicht...